Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Foodtalkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und heute wird es ein wenig philosophisch, denn wir sprechen von dem Ursprung des Kochens. Wie begann eigentlich alles? Wann haben wir uns vom Tier zum Menschen entwickelt und was brauchte es dazu? Mein Gast heute, Leon Joskowitz, ist Philosoph und hat darüber ein Buch geschrieben, das da heißt Vom Kochen und Töten. Und er sagt darin, das Kochen hat uns zum Menschen gemacht. Die Zubereitung von Nahrung, das Leben am Feuer, so sagt er, sind sowohl die Voraussetzung als auch die grundlegenden Elemente von menschlicher Kultur. Am Feuer haben die Menschen gelernt, ihre Nahrung zu teilen und einander Geschichten zu erzählen. Nicht zuletzt ihre eigene, die Geschichte eines sprechenden Tieres, das sich von allen anderen Tieren unterscheidet. Leon Joskowitz ist nicht nur Philosoph, er ist auch ein kulinarischer Wanderer und er hat mehr als zehn Jahre ein Catering-Unternehmen betrieben, arbeitet heute als freier Autor, Philosoph und Lehrer. Und jetzt wünsche ich ganz viel Spaß bei diesem wirklich sehr spannenden Thema, wenn man sich überlegt, durchs Kochen sind wir erst zum Mensch geworden und das Kochen ist unsere erste Kulturform gewesen. Finde ich ganz großartig, diesen Gedanken. So, aber bevor es losgeht, kommt jetzt noch ein bisschen Werbung. Und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel in Hamburg ans Herz legen. Hier gibt es alles für Küche, Kochen und Kaffeekultur. Auf 800 Quadratmetern Ladenfläche findet ihr über 8000 Produkte. Von A wie Austernmesser bis Z wie Zestenhobel findest du hier alles, was du in der Küche und am Tisch benötigst. Und natürlich auch eine wunderbare Espressomaschinenabteilung mit Produkten von ECM, Becerra, Rocket und Profitec. Dazu gehört auch eine Werkstatt für Wartung und Reparatur. Es gibt eine große Messerabteilung und natürlich Töpfe, Pfannen, Kochbücher, eine Kulinarikabteilung. Also alles, was das Herz begehrt und für mich sowieso mein Lieblings Küchenladen. Ich gehe hier immer wieder gerne stöbern und einkaufen, weil es auch immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Kommt mal vorbei in der Cucinaria in Hamburg-Eppendorf und entdeckt diese wunderbare Warenvielfalt. Oder shoppt online unter cucinaria.de. Also viel Spaß beim Shoppen. Und jetzt wünsche ich ganz viel Spaß mit Leon Joskowicz und seiner Aussage, am Anfang war die Küche. Und auch diese Episode wird präsentiert von der große Restaurant und Hotelguide. Heute wird's philosophisch. Herzlich willkommen, Leon Joskowicz. Vielen Dank für die Einladung. Wieso wird's philosophisch heute? Willst du das Geheimnis lüften? Gerne. Es wird philosophisch, weil es mir ein Riesenanliegen ist, über das Leben nachzudenken. Es ist in meiner Natur. Ich denke, seit ich sprechen kann, vielleicht schon vorher, und über immer das, was ich tue, darüber denke ich auch nach. Und seit zehn Jahren und länger koche ich. Und seitdem denke ich über das Kochen nach. Und so kommt es halt zusammen. Denken wir nicht alle nach? Schon ganz früh? Oder denken wir nur und nicht nach? Tatsächlich scheint es so, dass die Menschen verschieden veranlagt sind dafür. Einige haben eher so einen Hang zur Musik und die widmen sich der Musik. Andere haben eine andere Neugier. Und bei mir war es eben die Neugier dahingehend, wie können wir mit Worten die Welt erfassen? Was sind theoretische Konzepte vom Leben? Was ist überhaupt das Leben? Was meine ich denn, wenn ich sage, wachsen oder vergehen? Wenn ich über Verwandlung spreche? Jetzt habe ich schon so viele Worte gesagt. Und die fragen sich jetzt auch alle, was hat das mit Kochen zu tun? Ja, die Verwandlung. Ja, 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 ja. Okay, wir sind beim Kochen. Wir sind beim Kochen. Vielleicht ist da die Schnittstelle. Ja. Weil in der Philosophie versucht man immer, also in der europäischen Philosophie, die Dinge zu erfassen, festzuhalten, etwas zu wissen, das dann so feststeht. Und beim Kochen geht es ja die ganze Zeit um Verwandlung. Wir nehmen etwas, eine Zutat aus der Natur und dann legen wir die aufs Feuer und dann verändert die sich in der Konsistenz, im Geschmack, in der Farbe. Und dann essen wir die und in unserem Körper verwandelt die sich aus der Zutat, die sie vorher war, in unseren Körper. Einen Teil davon nehmen wir auf, einen Teil scheiden wir aus. Und so verwandelt sich fortwährend das Leben. Und die Menschen sind diese besonderen Tiere, die eben die Natur schon einmal verwandeln, bevor der Darm das macht, bevor der Körper das macht. Diese Verwandlung im Körper teilen wir mit den anderen Tieren. Aber die Verwandlung, bevor die Nahrung in uns hineinkommt, das ist spezifisch menschlich. Also das Zubereiten und Kochen. Genau. Ja. Und das hat mich total fasziniert. Und das ist so ein bisschen auch ein Widerspruch zu der Philosophie, die immer versucht, alles festzuhalten. Und deswegen ist auch das Kochen keine richtige Wissenschaft in der europäischen Tradition, weil es sich nicht festhalten lässt. Es ist immer in Bewegung. Und jetzt habe ich dich schon aufs Glatteis geführt. Wir können gerne nochmal einen Schritt zurück gehen. Nee, 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 ich versuche da jetzt rumzuschlittern, ohne auf die Schnauze zu fliegen. Aber ich versuche jetzt nochmal festen Boden zu bekommen und sage, wieso sitzen wir eigentlich hier und wie sind wir zusammengekommen? Du hast unter anderem ein Buch darüber geschrieben. Genau. Und das heißt vom Kochen und Töten kulinarische Meditationen über den Anfang der Menschheit. Boah, da sagen die meisten ja, ich dachte, ich höre jetzt hier so einen netten Plauder-Podcast. Ist es auch, können wir sagen. Ja. Ich würde gerade sagen, sonst kriegst du das Geld zurück. Aber das klingt schon sehr, traue ich mich daran. Ich habe mich daran getraut. Ich habe mir jetzt, also den Anfang habe ich mir gegönnt. Den weiteres höre ich jetzt von dir. Und es liest sich aber sehr, ja, erhellend, aufklärend, ohne dass es aber so wissenschaftlich ist. Ich finde es sehr locker und flockig geschrieben. Weil du natürlich eigene Erlebnisse mit reinbringst. Ganz viel. Genau. Zum einen bringe ich die eigenen Erlebnisse mit rein. Und zum anderen war es mir ein großes Anliegen, die Erkenntnisse, die ich gesammelt habe, so zu formulieren, dass sie nicht nur einem akademischen Publikum zugänglich sind, sondern dass jeder, der über das Kochen nachdenkt und auch ein bisschen Interesse daran hat, eben so ein Sachbuch zu lesen, Zugang finden kann. Das war mir sehr, sehr wichtig, weil ich eben denke, dass diese Einsicht, ich behaupte, dass es eine Einsicht ist, dass wir als Menschen aus der Küche stammen, wie ich auch schreibe, am Anfang war die Küche, dass der Ort ums Feuer so wichtig ist für unsere Kultur, dass man mehr darüber wissen sollte. Dass wir auch in unserer Art, wie wir über uns selber als Menschen nachdenken, wie wir darüber nachdenken, was ist Kultur, dass wir da die Küche mehr ins Zentrum stellen sollten. Und deswegen habe ich es zugänglich formuliert. Das heißt, wir sind Mensch geworden dadurch, dass wir eine Küche hatten? Oder sag es mal besser, bitte. Ja, mache ich. Also es gibt den unbekannten Anfang. Es gibt diese Darauf, das müssen wir uns einfach zumuten, dass wir den Anfang nicht kennen. Irgendwann haben die Menschen die Angst vor dem Feuer abgelegt. Ja. Wir wissen nicht, wieso sie das gemacht haben. Die beste Erklärung, die ich dafür habe, ist die Neugier. Wie wir sie bei den Kindern beobachten können. Dass wir etwas wissen wollen von den Dingen. Und vielleicht oder irgendwann, nehme ich an, dass Menschen angefangen haben, sich diesem Feuer zu nähern. Vielleicht nach einem Waldbrand. Und haben dann vielleicht entdeckt, dass unter dem Waldbrand in einem Kaninchenbau ein gegartes Kaninchen schlummerte. Vielleicht. Ja. Vielleicht auch ein Nest von einem Vogel, der auf dem Boden brütet. Und dort war da ein gegartes Ei. Ja, nachvollziehbar. Stimmt. Und dann isst man das und denkt so, oh, das ist aber lecker. Plötzlich genießbar. Oder ein Pilz, der vorher Magenschmerzen oder Schlimmeres verursacht hat, ist plötzlich bekömmlich. Also diese Verwandlungsprozesse, die ich anfänglich schon ansprach, die werden beobachtet, wie die rund ums Feuer sozusagen sich noch potenzieren. Ich meine, die Verwandlung ist ja ständig Tag und Nacht, Sommer und Winter. Aber rund ums Feuer potenzieren die sich. Und das ist ungefähr die ältesten Spuren, die von kulinarischen Kulturen, wie ich sage, zeugen, kann man auf 800.000 Jahre vor unserer Zeit datieren. 800.000 Jahre? Ja. Okay, aber da sagst du aber, okay, ich will nicht reingreifen, aber da gab es ja noch keine Homo sapiens, oder? Genau. Und das ist auch eine der Hauptüberlegungen, die ich sozusagen vorschlage, dass wir Abstand nehmen von der Vorstellung, dass der Mensch nur Homo sapiens ist. Wir sind Tiere, die fortwährend in Veränderungen, in Verwandlungen begriffen sind. Gerade jetzt, wie wir hier sitzen miteinander. Ich merke das auch. Wir verändern uns. Und als Philosoph habe ich mich dann gefragt, wieso ist das so wichtig für den Menschen, dass er seine Umwelt gestaltet und dass er fortwährend alles verändern will? Wieso ist das so entscheidend für unsere Art? Wo kommt das her? Und dann habe ich gesagt, okay, das hat irgendwie mit dem Kochen vielleicht zu tun. Weil eigentlich war die Ausgangsfrage vom Buch, seit wann kochen Menschen? So bist du da ursprünglich rangegangen? Das war eine der Fragen. Ich gucke mal bei Wikipedia, seit wann kochen Menschen? Und es gab keine Antwort irgendwie darauf. Es gab nur so die ersten Faustkeile, die sind aber zwei Millionen Jahre alt. Zwei Millionen? Die ältesten Schneidewerkzeuge. Die ältesten Spuren von Feuer, eben ungefähr eine Million Jahre. Und dann eben vor 800.000 Jahren in so einer Fundstätte ein Fund, wo aufgeschlagene Schädel und aufgebrochene Knochen waren. Man geht ja davon aus, dass die Frühmenschen Aasfresser waren und die Beutereste von großen Jagdtieren dann die Knochen aufgeschlagen haben, wo die Löwen und so mit ihren Zähnen nicht drankamen. Achso, und dann das Knochenmark rausgeholt haben und so. Also Reste verwirrt, Aasfresser, genau, gut. Und so, wieder die Neugier, also wer geht denn da hin und schabt da die Reste raus von so einem Gnu oder von so einer Gazelle, wo schon eine Löwin war? Unsere Vorfahren, die sind da hingegangen. Aber es gibt keine klare Antwort darauf. Und dann habe ich mir so überlegt, wenn das so eine alte Technik ist, das Kochen, und wenn das Prinzip des Kochens Verwandlung ist, vielleicht haben wir uns auch zum Menschen verwandelt durch diese Praxis des Kochens. Das war so ein Anfang. Und von dort aus bin ich dann sozusagen auf die Suche gegangen. Und dann gibt es noch mehrere Schritte bis hin zu dem heutigen Bewusstsein, der heutigen Art, wie wir als Menschen, als Homo sapiens, was ja übersetzt nichts anderes heißt, als der Mensch, der schmecken kann. Also sapere ist ja schmecken. Ach, ehrlich? Ja, das ist die Fähigkeit zu unterscheiden. Das ist gar nicht so bekannt, wie man als Philosophen meinen sollte. Mein Weltbild verändert sich gerade. Aber dann heißt es doch auch, man könnte es ja auch andersrum nennen, am Anfang war das Feuer an dieser Entwicklung, aber das Feuer an sich hat es ja noch nicht bewirkt, dass ich koche, sondern es war eine Folge dessen dann, dass ich mit dem Feuer, ich musste ja erst mit dem Feuer umgehen können. Genau, ich denke, dass es sozusagen parallel gelaufen ist. Also die Frage ist, warum war das Feuer nützlich? Ist klar, plötzlich ist die Nacht erhellt. Also man muss sich nicht mehr mit Tag und Nacht abmühen, sondern man macht halt nachts ein Feuer an und bleibt halt länger wach, tanzt ums Feuer, ist geschützt von den Feinden und es macht die Nahrung schmackhafter, es macht die Nahrung haltbarer. Es vermehrt sogar die Nahrung. Es ist noch eine andere Verwandlung. Wenn man rohes Fleisch hat, dann kann man davon mal fressen, aber wenn man anfängt zu räuchern oder zu garen, dann kann man viel länger davon essen. Man hat viel mehr davon. Oder auch bei Kartoffeln. Eine rohe Kartoffel, eine rohe Pflanze, ist schwer zu verdauen, muss man lang drauf rumkauen. Wenn man sie kocht, dann ist sie viel nahrhafter. Darf ich mal reingrätschen? Glaubst du denn, dass man davor oder weiß man das, dass davor schon aber Lebensmittelpflanzen haltbar oder fleischhaltbar gemacht wurden? Also beispielsweise durch trockenen Trockenfleisch in der Sonne dörren oder was konnte man sonst noch machen? Fermentieren. Fermentieren. Ich glaube, dass es in dieser Frühgeschichte Sinn macht, weg von so einem ursprünglichen Denken zu gehen und nicht zu sagen, was war zuerst, sondern sich vorzustellen, dass wir von einem so langen Zeitraum reden und so vielen Orten gleichzeitig auf dem Planeten, dass überall verschiedene kulturelle Entwicklungen stattgefunden haben. Ähnlich wie mit den Hochkulturen der letzten Jahrtausende. Wir kennen die Ägypter und die Inka, aber es gab bestimmt noch einige andere Hochkulturen, die komplett in Vergessenheit geraten sind. Und das sind ja nur die letzten Jahrtausende und wir reden hier über Hunderttausende von Jahren, wo überall Menschen oder menschenähnliche Lebewesen waren, die irgendwie damit experimentiert haben oder beobachtet haben, wie sich etwas dann, wenn sie es vergraben haben, um es vielleicht zu verstecken, dann fermentiert wurde und so weiter. Ja, ja, ja. Aber das heißt, wir können annehmen, dass seit 800.000 Jahren gekocht wird? Ja, ich weiß, man kann das nicht so präzifisch machen. Er guckt mich ja an und sagt, jetzt will er es so genau wissen. Es gibt diese... Bitte. Klär mich auf. Okay, es gibt Archäologen, die graben in der Erde rum und die finden Sachen und die deuten die. Und es gibt ein Forscherteam im heutigen Israel, die haben beim Jordantal eine Fundstelle gefunden, Gesher Benot Yaakov, unter Dr. Nama Gorin Inba. Das war die Leiterin von dieser archäologischen Grabung. Und die haben dort jahrelang ausgegraben. Und die haben eine Stelle gefunden, wo über mehrere Schichten Feuerstellen, also verbrannte Reste von 55 verschiedenen Pflanzenarten, aufgebrachene Knochen und Schädel und Feuersteine, als auch Schneidewerkzeuge, Faustkeile gefunden wurden. Aber, das ist das Schöne daran, kein Überrest von einer menschlichen Art. Es gibt dort keine Knochen von Neandertaler oder Homo erectus oder Homo heidelbergiensis oder wie die alle heißen. Es gibt nur diese Reste, die davon zeugen, dass dort mal Lebewesen waren, die sowas gemacht haben, was so aussieht, wenn wir jetzt irgendwie ein paar Monate auf dem Land leben würden und kochen würden und dann weggehen würden und dann würde die Erde drüber wehen und andere würden kommen später und gucken, dann würde es ungefähr so aussehen. Aber man hätte so gerne noch ein paar Gräber in der Nähe gefunden, wahrscheinlich. Dann hätte man gesagt, okay, alles klar. So ist es noch ein bisschen offen. Genau, da sprichst du was ganz Entscheidendes an. In dem Moment, wo wir unsere Toten bestatten und wo auch so Kulte ins Spiel kommen, dann wird klassischerweise eigentlich erst von Kultur und von Homo sapiens gesprochen. Die Höhlenmalereien machen das noch dichter, aber sozusagen, das ist so der Anfang von der klassischen europäischen Lesheit, von dem, was ist überhaupt Kultur? Wann hat der Mensch begonnen? Wenn er anfängt, seine Toten zu beerdigen und einen Ritus oder einen Kult entwickelt. Und meine These ist halt zu sagen, naja, kann man schon so denken, aber wie hat sich denn der Kult entwickelt? Und dann habe ich gesagt, naja, wahrscheinlich, wenn man sich anguckt, was sind die ersten Kulte? Das sind Opfer, also es ist Tötung und Zubereitung dann auch, Essen. Wahrscheinlich kommt das, ist es eine Weiterentwicklung der Arbeit am Feuer, des Lebens am Feuer. Logisch. Für mich auch. Also ist das die erste Kultur? Übersetze ich mal, ich mache es mal, Kochen ist dann die erste, eigentlich die erste Kulturform. Das ist das, was uns als kulturelle Wesen überhaupt erst möglich gemacht hat. Ja. Und daraus folgt dann meine These zu sagen, wenn es wirklich so ist, dass diese Annäherung ans Feuer und diese Annäherung an diese Prozesse der Verwandlung, wenn die dazu geführt haben, dass ein Raum entstanden ist, in dem dann sowas wie Trauer und Beerdigungsrieten und Opferrieten möglich wurde, vielleicht hat ja dieser Raum ums Feuer auch unser Bewusstsein geprägt. Und nicht nur sozusagen unsere Praxis, sondern auch wie wir die Welt sehen. Das war so eine Annahme. Naja, Begegnungsort, Kommunikationsort. Genau. Ich stelle mir vor, ich habe mir sonst meinen Kanickel irgendwie gerissen und alleine verspeist. Und wenn jemand anders hinzukam, außer meiner Familie vielleicht, habe ich die weggescheucht, weil meins. Und plötzlich fängt das Teilen an. Und den Austausch, also auch der Handel und die Kommunikation mit anderen Gruppen, mit denen man sich am Feuer trifft und vielleicht Rezepte austauscht oder so. Ja. Oder sich... Ich stelle mir nur gerade die Speed vor. Okay. Rezepte. Ja. Techniken, sagen wir. Technik, ja. So, das ist sozusagen ein Pfad, der zu diesen Gedanken führt, die da in dem Buch beschrieben werden. Weiter geht es dann, wenn man sich fragt, was passiert denn, wenn wir am Feuer sitzen und gegessen haben. und wir sind satt und ein bisschen müde, ein bisschen schläfrig und dann sind es wieder die Kinder, die halt nicht schläfrig sind, die irgendwie noch was wollen. Und die fangen an, auf die Dinge zu zeigen oder sich mit der Sprache zu versuchen. Und plötzlich amüsiert es die Erwachsenen. Die finden es gut. So ein Kind macht eine Show und das merkt, wenn es feiner mit der Stimme umgeht, wenn es irgendwie besser spricht, wenn es in der Lage ist, schön zu singen, dann bekommt es viel Aufmerksamkeit. Dann steht es plötzlich im Mittelpunkt. Und so stelle ich mir vor, dass die Sprache entstanden ist, über Jahrhunderttausende wieder, dass in diesem Raum am Feuer, die plötzlich eben ein geschützter Raum war, wo keiner mehr jagen musste und keiner mehr gefressen wurde. Also fressen und gefressen werden ist sozusagen auf Hohler. Und weil wir ja geschützt sind von dem Feuer, von den anderen Tieren. Und wir sind ja schon satt. Das heißt, wir haben sozusagen Pause von diesem Darwinistischen Alle gegen Alle. Und dort kann plötzlich Kultur entstehen. In diesem Freiraum. Und das ein wesentlicher Aspekt von Kultur ist natürlich Musik und Sprache. Das gefällt mir aber gut. Kochen und Musik. Das sind Felder, die mir lieben. Die mag ich. Ich auch. Sehr schön. Ja. Aber warum hast du dein Buch denn so brutal genannt? Vom Kochen und Töten. Wolltest du Aufmerksamkeit erregen? Natürlich. Und gleichzeitig ist es aber auch der Sache geschuldet. Weil das Leben, unser Leben als Menschen, die miteinander sozusagen sich anerkennen, die miteinander eine Verabredung haben, dass sie sich nicht töten und die miteinander herausgefunden haben, wie sie sich gut aus der Welt ernähren, deren Leben ist gut. Aber es gibt immer eine Grenze. Es gibt immer ein Außen. Von anderen, die nicht am Feuer sind, sondern die auf dem Feuer sind. Die getötet werden dürfen. Ja. Wir, unsere Familien jetzt sozusagen und wir sozusagen Bürger und so weiter haben miteinander verabredet. Wir töten uns nicht. Das ist sogar gesetzlich mittlerweile sehr gut aufgeschrieben und so. Klappt auch nicht immer, ja. Aber es ist sozusagen, wir sind schon recht weit als Zivilisation. Andere Lebewesen fallen aber, denen wird dieser Schutz nicht gewährt. Im Gegenteil. Das ist sogar rechtlich abgeklärt, dass sie getötet werden dürfen. Und das fand ich schon spannend, diese Überlegung, wie hat sich wohl das wohl entwickelt? Wieso hat sich das so entwickelt? Weil wir gehen davon aus, dass wir wirklich aus dem Tierreich evolviert sind. Wir sind ja eben nicht von Gott geschaffen plötzlich oder von einem Moment auf den anderen zu Menschen geworden, sondern das muss ein ganz langer Prozess der Distanzierung gewesen sein, bis die Menschen irgendwann mal gedacht haben, ey, ich bin was Besonderes. Ich bin kein Tier mehr nur, sondern ich bin jetzt was anderes. Und die anderen darf ich halt töten. Und das ist der Grund, warum das mit in den Titel musste, weil das zu uns als, zu unserer Art dazugehört, dass wir uns von den anderen abgrenzen. Abgrenzen oder darüber stellen? Beides. Also in der jetzigen Form drüber stellen. Sonst wäre das nicht so dramatisch und so katastrophal und desaströs da draußen. Und auch in uns selber. Also diese Entfremdung ist ja nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Viele Menschen in der städtischen, westlichen Kultur sind ja auch von sich selbst, von ihrem eigenen Leib total entfremdet, weil wir es halt nicht lernen, den Kontakt aufzubauen. Naja, und wir sind ja auch komplett entfremdet von dem, was da mal Tier war. Das, was wir als Produkt, sage ich jetzt mal, sehen, hat ja nichts mehr damit zu tun. Und deshalb können das ja wahrscheinlich auch viele nur konsumieren. Würden sie das Tier sehen oder das Tier erlegen müssen, wäre es was ganz anderes. Am Anfang des Buches schilderst du das, wie du als kleiner Junge das in Griechenland miterlebt hast. Diese Szene. Und was mich da so beeindruckt hat, weil irgendwie ist es sowas, was man irgendwie so aus Filmen kennt, dass dem Tier noch mal gehuldigt wird, bevor es getötet wird. Aber das ist schon verbreitet gewesen oder immer noch verbreitet. Dass man sich bei dem Tier entschuldigt. Oder was ist das für ein Ritual? Also das ist, es gibt, umso weiter man weggeht aus dem Zentrum der westlichen Kultur und so weiter man in den ländlichen Raum geht, vor allem dann so nach Südosteuropa. Und ja, dann gibt es schon immer noch so kleine Kulte, sage ich mal. Die sind aber nicht unbedingt so stark verschieden oder irgendwie, die sind auch christlich durchaus geprägt und so. Aber das sind dann halt so lokale Traditionen einfach, dass zum Beispiel am Osterfest halt ein Lamm getötet wird und dann ist es halt ein Brauch, dass man für dieses Lamm betet oder dass man sich dem, dass man das auf eine bestimmte andächtige Art und Weise tötet und dem sozusagen sich dessen gewahr wird. Und das ist natürlich trotzdem brutal. Und gleichzeitig entsteht eine Beziehung zu dem Tier und es entsteht eine Achtung auch und ein Bewusstsein dafür, dass einer, sage ich jetzt mal hart, sterben muss, damit die anderen leben können. Und es entsteht ein Bewusstsein von der eigenen Endlichkeit. Also man könnte, man wird selber sowieso sterben, aber man könnte auch, wenn es schlecht läuft, im nächsten Moment sterben. Das ist in den alten talmudischen Schriften, also das ist die mündliche Tora im Judentum, da wird ganz viel über das Opfern gesprochen. Das ist aber im Judentum auch sublimiert durchs Gebet seit 2000 Jahren. Aber es gibt eben die alten Schriften, wo darüber geschrieben wird. Und da ist es ganz zentral, dass der Schochet, der Mann, der das Tier tötet, das Tier die Hand auf den Kopf stemmt und eine Art Beziehung oder eine Verbindung herstellt, um sozusagen diese, ja, das so signalisiert und bewusst wird so, okay, ich töte jetzt dieses Tier und ich mache das nicht im Verdeckten, im Verborgenen, sondern ich mache das rituell. Das ist geregelt. Das ist nach Gesetz. Das ist nicht einfach so wild wie in der Natur. Die Tiere reißen einander oder rennen einander hinterher, sondern das ist ein Tier, das habe ich aufgezogen oder das hat jemand aufgezogen und jetzt wird das getötet und alle sind im Bilde darüber, alle sind klar darüber. Und ich glaube, dass ein Problem unserer Kultur hier darin besteht, dass dieses Töten, dass diese Gewalt, die in der Natur zu Hause ist, dass die sowieso weggeblendet werden soll. Und deswegen ist das auch der Sache geschuldet, dass der Töten im Titel steht. Genau. Also es soll dann schon ein bisschen aufwecken. Ja. Nehme ich mal provozieren weg, aber ein bisschen aufwecken. Nun bist du ja selber, ausgebildeter Koch bist du nicht, aber du warst praktizierender Koch. Genau, ich hatte neun Jahre eine Catering-Firma. Eine Catering-Firma. Und warst aber auch sehr viel unterwegs in Sachen Kulinarik. Ja. Überall. Ja. Und du wolltest alles wissen. Also du willst, wenn du dir was ausgeguckt hast, dann willst du es auch wirklich wissen, oder? Ja. Dann willst du jede Facette beleuchten. Ja. Erzähl mal, wie so dein Weg war. Gerne. Also ich habe eben Philosophie studiert und habe dann am Ende des Philosophie-Studiums den ganzen Leuten Recht geben müssen, die immer gefragt haben, was willst du denn damit machen? Es gab wirklich nichts Konkretes mit der Philosophie zu machen. Und dann habe ich angefangen zu kochen. Ich habe gesagt, okay, ich muss was... Also das Naheliegendste eigentlich, ne? Du hast wahrscheinlich irgendwo gejobbt dann, oder? Genau. Einfach immer so. Ich habe in der Kuchenmanufaktur angefangen. Kuchen? Ja. Ah. Da war so ein Bäcker und der hat Ungelernte gesucht oder man durfte, man stand so, Kuchenbäcker gesucht. Keine Erfahrung notwendig. Normalerweise sagt man ja, Patissier, die höchste Kunst eigentlich. Der Kuchenbäcker. Ungelernte. Genau, da habe ich angefangen und dann ging das so Stück für Stück weiter über den Käsehandel und in einigen Küchen in Berlin damals noch. Wo warst du da? Ach, das eine Restaurant hieß Nest. Das ist am Görli, Görlitzer Park. Ja, das ist schon echt zehn Jahre her oder so. Und auch eigentlich eine ganz schöne Geschichte, die erzähle ich kurz, weil die auch irgendwie vielleicht Mut machen kann. Ich habe erst keinen Job gefunden, weil ich ja ungelernt war und ich war auch wirklich nicht dazu in der Lage. Ich war ein Philosophie-Student, ja, ich war kein Arbeiter und Köche sind ja Arbeiter, wie wir wissen und die müssten eine gewisse Härte mitbringen. Und ich habe so ein, zwei, drei Probearbeiten gemacht, aber es hat nicht so geklappt. Und dann wollte ich eigentlich zum Kuchen Kaiser, habe gedacht, jetzt fängt meine zweite Schicht an morgens und kam da an und die Köche haben mich angeguckt, wie so, was will denn der hier? Der hat doch letztes Mal schon versagt. Und sie so, nee, du brauchst nicht mehr kommen. So, der Chef hat gesagt, wir brauchen dich nicht. Und dann stand ich da, ich hatte sogar extra die Haare kurz geschnitten und hatte mein neu gekauftes Messer dabei und war so voll motiviert und wusste nicht, wohin mit mir. Und dann bin ich da in meiner Gegend vor dem Kaffeenest entlang so gestromert und die Sandra, die Chefin, rief so rüber, ey Leon, was machst du da? So, ja, die vom Kuchen Kaiser wollen mich nicht. Und die so, ja, okay, hast du jetzt Zeit? So, ja, ja, komm, mir ist ein Koch ausgefallen. Und dann bin ich an dem Tag in die Küche und dann habe ich mich bewährt und dann bin ich so reingekommen nach und nach. Und dann habe ich im Hotel gejobbt in Südtirol, mal eine Wintersaison und habe aber gemerkt, wenn ich wirklich so zu verstehen will, wie das mit der Nahrung funktioniert und wo die herkommt, dann muss ich aufs Land, dann muss ich auch auf die Weinlese und auf die Olivenernte gehen und habe das dann gemacht. Bin dann in Rheinhessen auf der Weinlese gewesen, in Italien auf der Olivenernte und habe mich so... Und hast da dann auch immer dein Geld verdient dann? Ja, das war halt so ein kulinarischer Tagelöhner. Also ich habe... Bekann man ja nicht viel, ne? Nee, kostet Logis und Taschengeld, so. Aber es hat immer gereicht. Also es war halt so nach dem Studium, ich war da Mitte, Ende 20, da hat man ja auch nicht so viel, was man so leisten muss finanziell. Und Kost war wahrscheinlich dann dort auch immer nicht ganz so schlecht, oder? Es war phänomenal. Und es schmeckt ja auch besonders gut, wenn man den ganzen Tag draußen ist und auf der Lese und dann abends trinkt oder auf der Olivenernte und dann dieses köstliche Brot isst. Es ist übrigens das einzige Rezept in dem Buch, das beschreibe ich kurz. Es ist nämlich ein wunderbares Rezept, eins meiner allerliebsten, ganz kurzen Rezepte. Italienisches Weißbrot, Focaccia oder so ein Maisbrot, wie man es manchmal bekommt. Rösten, schön, dass es goldbraun geröstet ist. Dann eine Knoblauchzehe, darüber ausstreichen, dass man schon ein bisschen vom Knoblauch so wegnimmt, dass es sich auf dem Brot verteilt. Olivenöl, im besten Fall natürlich gerade aus der Ölmühle, dass es noch so türkis quasi aus der Ölmühle rausläuft. Das macht schon einen Unterschied, wenn es ganz frisch ist. Es muss nicht lagern, es soll nicht lagern. Olivenöl, das beste Olivenöl, das ich je gegessen habe, war auf dieser Lese. Das haben wir tagsüber die Oliven vom Baum gestreift mit so Kämmen und dann in die Ölmühle gebracht und dort ganz schonend eben ausgepresst. Und dann läuft es da raus. Sowas habe ich vorher noch nie gesehen. Das war so schön. Und dieses Olivenöl auf dieses am besten Fall natürlich am Kamin geröstete Brot träufeln oder großzügig träufeln und Salz. Salz. Ja. Und dann hat man dieses knusprige Brot und diese weiche Krume und dieses saftige, erdige Öl und dann das Feuerwerk, dieses aromatische Feuerwerk vom Knoblauch und vom Salz. Das ist einfach herrlich. Aber du nimmst schon fertiges Brot, oder? Kann ich auch backen. Natürlich, kannst du selber backen, ja. Und Rosmarin auch noch, weil das macht man ja auch gerne nochmal bei so einem Focaccia, dass man nochmal ein bisschen Rosmarin draufgibt. Genau, also das ist sozusagen das Einfachste. Und dann, klar, wenn man noch ein paar Tomaten hat oder ein bisschen Kräuter, dann kann man die noch klein schneiden. Aber du meinst, man ist schon damit sehr, sehr zufrieden. Einfach nur dieses Öl, man braucht nicht mehr. Ja. Und wo war das? Das war da im Lazio, im Hinterland von Rom. Ah ja. Und dann bist du einfach nach Rom und hast gesagt so. Ja, wenn, dann kommt man halt so in Kontakt mit Leuten, die auf dem Land sind und einer kennt den und dann trifft man irgendwie jemand oder ein alter Freund und sagt, ach Leon, du bist doch gerade unterwegs hier. Eine alte Freundin von mir ist jetzt mit dem und dem. Solche Freunde möchte ich auch mal haben. Nein, aber ich glaube, das klingt so einfach jetzt, wie du das erzählst. Und es gibt ja, also wenn du sagst, das ist zehn Jahre her oder wie lange. Also man macht sich das ja immer viel zu kompliziert manchmal. Es wird noch besser. Soll ich noch weiter erzählen? Dann bin ich halt so durch die Lande gezogen und hatte eigentlich vor, im Sommer auf die Alm zu gehen, um Käse zu machen. Das war das nächste auf meinem Programmpunkt. Das ist ja klar, die logische Abfolge. Genau, mit den Tieren in Kontakt und die dann melken und irgendwie den Kontakt da aufbauen. Und war nur kurz zu Hause in Frankfurt, meine Heimatstadt, um kurz Luft zu schnappen und zu waschen und so weiter. Und dann kommt eine alte Freundin und sagt, Leon, du hast doch eine Catering-Filme. Ich hatte damals schon die Catering-Filme gegründet und habe so nebenbei so kleine Caterings gemacht. Wenn ich dann mal irgendwo fest war in Berlin doch damals und so. Du hast doch eine Catering-Filme und du bist doch so unterwegs. Fahr doch nach Island. Guck, was die da essen. Und dann kommst du zurück. Und im Oktober 2011 ist Island Ehrengast der Frankfurter Buchmesse. Die größte Buchmesse Europas und Riesenmesse in Frankfurt, die jedes Jahr ein Gastland als Ehrengast hat. Und dann machst du isländisches Catering. Ja. Da habe ich gedacht, okay, ich habe gerade ein paar tausend Euro in dieser Südtirol in der Küche verdient, in der Wintersaison. Keine Ahnung, was man in Island isst. Ich war noch nie auf Island. Sicherlich nicht nur Gammelhai. So sieht es aus, ja. Und da habe ich gegoogelt, isländisches Catering. Und dann stand da, meinten sie italienisches Catering. Da habe ich gedacht, cool, eine Marktlücke. So, okay, das mache ich. Und dann bin ich nach Island geflogen, habe dort genau den Moment erwischt, wo die New Nordic Cuisine, die damals so von Roma so losging, auch in Island so aufpoppte. Und so mehrere Restaurants eben so voll lokal gekocht haben und so den Dill vom See vor dem Nordic House irgendwie da diesen Kulturinstitut abgesäbelt haben. Und es war faszinierend. Alle waren so, ja klar, komm vorbei. Ich habe denen dann geschrieben, ja, liebe Köche, mein Name ist Leon, ich komme aus Frankfurt. Island ist dieses Jahr Ehrengast, der größten Buchmesse der Welt. Kann ich vorbeikommen und einen Tag bei euch kochen? Und alle waren natürlich so, ja klar, komm vorbei. Wir sehen, was wir machen, ja. Jedenfalls war ich eigentlich in Island, um das Catering-Menü zu gestalten, was ich auch gemacht habe. Kam aber dann mit der Idee zurück, ein kulinarisches Festival ins Leben zu rufen, rund um die Frankfurter Buchmesse und eben die Köche nach Frankfurt einzuladen. Weil das Gastland kommt nicht nur mit Literaten, sondern auch mit Künstlerinnen und Malerinnen und Tänzern und so weiter. Aber nicht mit Köchen. Und dann kam ich in meine Heimatstadt Frankfurt zurück, wollte eigentlich auf dem Berg kommen, Kühe zu melken. Und habe dann überlegt, okay, gehe ich jetzt Kühe melken oder versuche ich jetzt ein kulinarisches Festival aufzubauen? Und dann habe ich gedacht, okay, erst mal Ruhm und Ehre. Und das hat geklappt. Und dann bin ich jedes Jahr in ein anderes Land gefahren und habe die Köche mit nach Frankfurt gebracht. Und das war toll. Das war eine Nische, die ich da gefunden habe. Und war dann halt immer mit den Kulturministerien der Länder, in Kontakt. Die haben mich mit den Köchen in Kontakt gebracht, mit den Erzeugern. Ja. Hast du der Freundin mal gedankt? Jeden Tag. Bis heute. Ja. Ich sage ja, solche Freunde muss man haben. Damit hast du aber irgendwann aufgehört. Damit habe ich aufgehört. Ja. Und Teil zwei der Frage, bist du noch mal auf die Alm gekommen? Teil zwei noch nicht. Oh. Aber das ist auch ein Grund, warum ich aufgehört habe. Ich musste einen Abstand nehmen zu der gastronomischen Arbeit. Also ich habe dann neun Jahre die Catering-Filma gehabt und dieses Festival und so Event-Agentur-Geschichten und bin da ein bisschen ausgebrannt. Ich habe da sehr, sehr viel gearbeitet. Es hat viel Spaß gemacht. Aber das waren auch einfach, ja, harte Jahre. Und dann habe ich ein Angebot bekommen für ein Restaurant in Frankfurt. Eigentlich die Location, auf die ich immer geschielt hatte. Ich habe immer so mit leichter Infrastruktur gearbeitet und so Mietküchen und so. Und dann wurde mir das, der Ort angeboten, wo ich gedacht habe, wenn ich eine richtige Firma aufbaue, dann ist es der. Und dann habe ich da zwei Wochen drüber nachgedacht und dann habe ich gesagt, nein, ich will das nicht. Ich will schreiben. Ich will als Philosoph arbeiten. Ich will kein Manager sein. Und dann habe ich mich erst schweren Herzens, und es hat auch wieder Zeit gedauert, aber dafür entschieden, auszusteigen. Und das war die richtige Entscheidung. Ich bin, hätte ich mehr Energie, dann hätte ich beides gemacht. Dann hätte ich die Firma aufgebaut als Manager und meine intellektuellen Arbeiten gemacht. Aber das war mir nicht gegeben. Ich musste mich entscheiden. Und jetzt arbeite ich zwei Tage die Woche als Lehrer, unterrichte da Ethik, Geschichte und Kochen auch. Und wo macht man das denn? An einer privaten Schule in Frankfurt. Ich wollte gerade sagen, das ist eine Kombination, die habe ich noch nicht gehört. Da wird Kochen als Unterrichtsfach gelehrt. Es gibt da jetzt so ein neues Unterrichtsfach, das heißt Life Skills. Und in der achten Klasse, wo ich auch Klassenlehrer bin, dort unterrichte ich eben auch Kochen. Es ist auch auf meinen Mist gewachsen. Also ich habe gesagt, lass, was wir machen. Habt ihr denn auch, da macht ihr aber auch richtig Warenkunde? Und auch Ernährungskunde? Alles, ja. Und habt ihr auch einen Schulgarten? Nee, noch nicht. Aber das wäre toll, ne? Wenn ihr den noch hättet und selber ziehen würdet? Genau. Also wie gesagt, das läuft jetzt gerade los. Und die Schule ist cool. Da ist ein gutes Klima im Kollegium und auch von der Schulleitung so. Da passiert gerade ganz viel. Jetzt war letzte Woche die erste Stunde. Da habe ich Tomaten aus meinem Garten mitgebracht und die mit denen verkostet. Gelbe Ochsenherz. Da waren die erst so, hä, was ist das? Und danach so, wow, wie schmecken die denn? Und jetzt haben die als Hausaufgabe, jeder soll zwei Tomaten kaufen. Eine soll er verkosten und beschreiben, Geruch, Herkunft, botanischen Namen, was weißt du sonst über Tomatenpreis pro Kilo. Und die andere soll er mitbringen. Und nächste Woche bringt jeder eine Tomate mit und dann wird die gemeinsam verkostet und dann kann man so analysieren. Und das Ziel für das erste Jahr ist, eine Pizza zu machen. Und wir gehen jetzt alles durch von A bis Z. Und auf Pizza haben natürlich auch alle Bock. Das mögen alle. Und ja, super. Ja, so und genau. Deswegen habe ich da den Ausstieg dann gewählt, weil ich andere Interessen hatte und weil ich tatsächlich an dieser Stelle meine höchste Hochachtung vor allen Köchen und Köchinnen da draußen so dieses Buchs auch. Ich habe auf jegliche Form von Widmung verzichtet, aber das ist auch eigentlich für die Köche und Köchin geschrieben, also Dingen gewidmet, weil das einfach so häufig, also ich darf das mal hier sagen, wie häufig wir so selbstverständlich, ohne darüber nachzudenken, irgendwo ein Sandwich kaufen im To-Go oder am Flughafen oder im Bahnhof und irgendwo stand jemand um vier Uhr nachts und hat es geschmiert, ist um drei Uhr aufgestanden, hat seine Familie zu Hause gelassen, um das zu machen für den Mindestlohn. Und so krasse Arbeit machen die Köche und Köchinnen in diesem Land ständig und es wird so wenig gewertschätzt und ich war dafür nicht hart genug. Und wie du sagst, also willst du denn auch Manager sein? Also du kommst ja dann auch irgendwann weg vom Kochen. Im Zweifelsfall, wenn du Ausfälle hast, musst du alles machen. Aber ich wollte auch gerade noch sagen, also wie häufig sind auch Leute genervt, wenn sie in ein Restaurant kommen um 21.30 Uhr und die Küche geschlossen hat. Wie kann das denn eigentlich sein? Haben die das nicht nötig? Das können auch nur Menschen sagen, die nicht wissen, wie der Ablauf ist und seit wann die dort schon arbeiten und vorbereitet haben und dass dann irgendwann auch mal Schluss ist. Die müssen ja auch noch die Küche clean. So sieht es aus. Und das läuft nicht unter einer Stunde. Ja, so sieht es nämlich aus. Und willst du auch irgendwann mal nach Hause. Aber finde ich gut, dass du da an die ganz besonders denkst. Aber du kommst nach wie vor gerne. Ja, ich koche sehr gerne. Und dann hast du unsere Vorfahren vor Augen, die um die Feuerstelle sitzen und die ersten Töne rausbringen. Also letztens haben wir eben wieder so einen Gartengrill gemacht mit meiner Gang. Und da habe ich tatsächlich so einen Spieß gebaut. So zwei Hölzer, die sind in so Y-Form zugespitzt und in den Boden gerammt, festgestampft. Und dann einen großen Stab drüber und da dann so Hühner aufgespießt auf die Reihe und dann so eine kleine Kurbel. Und dann saßen wir da so und haben das so... Du wolltest es dann doch ein bisschen archaisch haben. Ja, die eine Freundin sagt, das sieht ja aus wie ein Bilderbuch hier. Wenn wir uns das aber mal überlegen. 800.000 Jahre habe ich ja jetzt abgespeichert. Sesshaft wurden die Menschen dann aber erst vor 10.000, 12.000 Jahren und haben mit Landwirtschaft angefangen. So sagt man ja, davon können wir ausgehen. Und in der Zwischenzeit haben sie munter gekocht. Gab es denn da, weiß man das, gab es denn da auch sowas wie so eine Vorratswirtschaft? Also alles, was vor 10.000 Jahren, also vor der Sesshaftwerdung war, ist in einem großen Schleier. Das kann man nicht wirklich wissen. Es gibt da keine Zeugnisse. Es gibt halt diese Spuren von verbrannten Pflanzenresten und von verbrannten Knochen in so Ablagerungen, wo man davon ausgeht, dass dort halt lange Jahre, auch in dieser Fundstelle geht man davon aus, dass da Tausende oder sogar Zehntausende Jahre immer wieder Lebewesen an dem gleichen Ort waren, in diesem Flusstal. An diesem Jordanfluss quasi, dass da irgendwie so ein fruchtbarer Bereich war, wo halt wirklich über Tausende von Jahren immer wieder Gruppen kamen. Dann ist es wieder verschütt gegangen und dann kamen wieder andere Gruppen. Also die haben sicherlich irgendeine Form von Vorratshaltung oder von Räuchern oder sowas schon irgendwann angefangen zu entwickeln. Aber kulinarisch gesehen leben wir einfach in der absolut besten Zeit aller Zeiten. Jetzt? Ja. Was jetzt möglich ist an Küchentechnik, das ist vor 200 Jahren hat es angefangen, sich zu entwickeln. Also bis vor 200 Jahren, der Escoffier und so diese französischen Großmeister. Davor haben 0,001 Prozent der Menschen, die Könige, haben einigermaßen gut gegessen. Der Rest hat irgendwie Hirse und Mais gegessen. Und das ist wirklich kulinarisch die beste Zeit. Ich glaube auch, wenn man das so mal betrachtet und Bücher liest von damals über kulinarische Entwicklungen, also auch aus dem Mittelalter, dann stellt man ja fest, dass in der Regel nur über die Adligen und über die Königshäuser berichtet wird. Und das klingt alles üppig, aber was das Volk eben konsumiert hat, das weiß man ja wenig. Das wurde nicht so sehr überliefert in der Tat. Du sagst, wir haben jetzt die beste Zeit, einmal was das Angebot angeht und auch die beste Zeit, was die Zubereitungsformen angeht. Möglichkeiten, die nutzen wir ja nicht. Genau, also hinzu kommt natürlich sowas wie Kühltechnik auch oder Zahnbürsten. Also das ist sozusagen die Zähne, nicht die ganze Zeit Schmerzen. Das sind ja auch so moderne Entwicklungen. Und man gut kauen kann. Ja, das stimmt. Also vielleicht noch einen kurzen Schritt zurück. Ohne Frage gab es zu allen Zeiten arme Menschen oder Menschen, die nicht irgendwie an den Höfen waren oder so, die sozusagen ein einfaches Leben geführt haben, die auch in der Lage waren, sich gut zu ernähren. Die auch einfach wussten, okay, das ist mein Huhn, von dem nehme ich mir die Eier, ich mache mir ein schönes Rührei und so. Weil ich habe halt irgendwo eine gusseiserne Pfanne mal im Markt gekauft, im Jahr 800 oder so. Und ich brate dieses Huhn, so dass meine Familie das liebt, weil ich die Kräuter kenne, die da wachsen und so. Keine Frage, 100 Prozent. Und vielleicht haben die sogar besser gegessen als diese komischen Tafeln. Aber gut, trotzdem war schon vor der Entwicklung der chemischen Industrie um 1850, Justus, Liebig und so, diese Geschichten, davor waren einfach Hungersarmenöte in Europa Standard. Also die kamen halt periodisch immer wieder. Und das ist ja das Verrückte. Am Anfang war diese ganze intensive Landwirtschaft, also was wir heute sozusagen, wo wir sehen, die ganzen Böden sterben, die Insekten sterben und so, das war am Anfang ein krasser Fortschritt, weil es eben Ernährungssicherheit geschaffen hat. Und jetzt, 120 Jahre später ungefähr, wenn wir mal sagen, Club of Rome, seitdem wissen wir eigentlich, dass ein Problem besteht, seit 1974 oder 72. 120 Jahre nachdem diese chemische Industrie begonnen hat zu verstehen, dass man bestimmte Stoffe extrahieren kann, die dann auf die Pflanzen schmeißt, dann wachsen die schneller und andere wachsen nicht, sehen wir, okay, es ist ein Riesenproblem. Und das ist so eine, irgendwie schon eine schnelle Entwicklung. Und ja, und da, ich schreibe ja auch am Ende des Buchs, dass wir halt nicht in einem kulinarisch aufgeklärten Zeitalter leben, aber in einem Zeitalter der kulinarischen Aufklärung. Also es passiert gerade ganz viel. Wir sitzen ja hier auch, wo wir die Aufnahme machen. Wir sind beim Green Food Festival, das müssen wir, dürfen wir, müssen wir unterstreichen. Weil hier geht es natürlich darum, hier geht es natürlich ganz stark um Nachhaltigkeit und die richtigen Wege einzuschlagen, die teilweise eben, ja, teilweise hat man sich ein bisschen verrannt. Genau. Und es ist an uns, damit umzugehen und es sind viele kleine Baby-Steps, die gleichzeitig passieren und diese Vernetzungstreffen sind gut, um da weiterzukommen und gleichzeitig ist es notwendig, an der großen politischen Stellschraube zu drehen und da halt neue Weichen zu stellen und aus meiner Sicht zum Beispiel auch Töten aus reiner Profitlogik im Grunde als nicht ethisch korrekt zu verbieten, aus meiner Sicht. Ja, bin ich dabei, da schreibe ich. Und das muss natürlich kommuniziert werden und dann brauchst du Ernährungsbildung und der Wert von Hülsenfrüchten, zum Beispiel Linsen, Kichererbsen, Bohnen, müsste anders kommuniziert werden. Auch die Fähigkeiten damit zu kochen, wohlschmeckende Gerichte aus einfachen, heutzutage leichtfertig als minderwertig oder eben langweiligen Produkten herzustellen, zu kochen, das muss man beibringen, das muss man lernen und das ist auch ein Grund, warum ich mich dann für den Lehrerberuf entschieden habe. Passt doch alles zusammen. Also eigentlich die logische Konsequenz. Ich war gerade bei einem, oder habe bei einem Panel hier zugehört und da ging es zum Beispiel auch um Schulgärten und wie lange das dauert. Hier um die Ecke ist ein Garten entstanden und der wiederum auch von Schulklassen gepflegt wird und das hat zwölf Jahre gedauert, um das genehmigt zu bekommen. So und jetzt müssen wir uns mal überlegen, staatliche Schulen, wie lange es dauert, Ernährungskunde und Schulgärten zu implementieren in den Schulapparat beziehungsweise in den Lehrplan. Da sei froh, dass du an der privaten Schule bist. Da geht es fixer. Gibt es denn eine große Pizza-Party dann am Ende des Schuljahres? Das ist das Ziel, dass die sind jetzt in der achten Klasse, dass die im Worst Case nach dem Schuljahr eine Pizzeria aufmachen können und wir wollen dann, also ich wollte mal gucken, wie das gelingt, aber es gibt eine Schulküche und das Ziel ist schon, dass wir die Kantine mindestens einmal übernehmen und dann in der Mittagspause Pizza verkaufen. Ja, das ist aber cool. Das finde ich wirklich super. Aber was ist denn deine Botschaft jetzt in Sachen Ernährung? Also als Lehrer, jetzt frage ich den Philosophen, Lehrer und Ex-Koch und Hobbykoch. Was ist deine Botschaft in Sachen Ernährung? Wie sollten wir uns verhalten? Oder wie verhältst du dich in Sachen Konsum, Zeit nehmen für die Kulinarik und Genuss? Also es fängt natürlich beim eigenen Schmecken an, dass man sich Zeit nimmt und den eigenen Geschmackssinn entwickelt und darauf vertraut und genau hinschmeckt beim Essen so. Schmeckt mir das jetzt gerade wirklich so? Ist es wirklich lecker oder ist es irgendwie eher ein Suchtverhalten, das ich an den Tag lege? Bin ich gierig beim Essen oder genieße ich wirklich? Das ist ein Aspekt. Den kann man sozusagen ständig üben. Und dann von ein bisschen weiter außen sozusagen erhalte ich sehr stark mit der chinesischen Ernährungslehre. Die sagen 50% Getreide, 30% Gemüse, 10% Nüsse und Öle und 5-10% Obst und dann noch ein bisschen 5-10% tierische Produkte. Das ist sozusagen die Range, wie sich die Sachen verteilen. Und das ergibt für mich total viel Sinn. Dann natürlich, jetzt wird es Herbst, also kochen wir Suppen. Wir trinken weniger, weil es nicht mehr so heiß ist und der Körper vergisst, selbstständig zu trinken. Er braucht aber die Flüssigkeit, also kochen wir Suppen. Und so, da gibt es halt dann viele verschiedene, für jede Jahreszeit so, auch verschiedene Ausrichtungen der Speisen. Und was ich auch ganz gerne mag, ist im Februar anzufangen, die Speisekammer leer zu kochen. Vielleicht sogar schon Ende Januar. Und dann sage ich, bis in Frankfurt die grüne Soße, so im März, Ende März zum ersten Mal kommt, die frischen Kräuter quasi. Grüne Neune heißen die auch bei manchen Regionen. Bis dahin, koche ich meine Speisekammer leer. Die Linsen, die Nudeln, die Buchweizen, die Kichererbsen und so. Alles, was als Trockennahrung in der Kammer liegt, mache ich leer und dann fange ich neu an. Und dann sammle ich wieder sozusagen Vorrat übers Jahr hinweg. Dann habe ich kein Problem mit, muss ich nichts wegschmeißen, was mir schlecht wird. Dann habe ich keinen Lebensmittelmoden in den Sachen und so weiter. Und es ist auch so ein Reinigungsprozess. Gutes Prinzip, ja. Und Reinigungsprozess, also das mal leer zu machen, das stimmt. Das finde ich gut. Und ist total kreativ. Man wird total kreativ, weil plötzlich hat man dann noch so 400 Gramm Buchweizen und 100 Gramm Linsen und denkt so, okay, wie kombiniere ich das jetzt? Ich liebe das total. Also wirklich Unmögliches zusammenzubringen. Und ansonsten, vielleicht noch, dann höre ich auch auf. Nee, erzähl. Ein kleines Rezept, gerade jetzt, wo auch die Winterzeit kommt, Porridge. Ja. Irgendeine Form von gequetschten Korn, also Haferflocke oder Dinkel oder Sechskorn, also verschiedene Flocken, die man ja auch in der Packung kaufen kann. In einen Topf Wasser, bisschen Salz, Flocke Butter, Löffel Honig und gerne einen Apfel oder irgendwas dergleichen, bisschen Ingwer, bisschen Zimt. Einmal aufkochen, je nachdem, wie weich man die Konsistenz von dem Brei haben will und das wärmt für den ganzen Tag und das ist total ergiebig und mit dem Zimt und mit dem Ingwer hat man noch so ein bisschen Würze und mit dem Honig die Süße, die Butter macht so ein bisschen auch, dass es besser schmeckt, genauso das Salz, das gibt so ein bisschen noch... Das hält richtig lange vor und ist sehr lecker. Und das kann man ja auch immer nochmal variieren ein bisschen. Genau, das ist nur so ein Grundrezept. Das kann man komplett variieren und wenn man es zu Hause ist, kann man auch gut im Schraubglas mitnehmen, aber wenn man es zu Hause ist, kann man natürlich oben noch Nüsse und ein bisschen frische Früchte oder Crunch drüber streuen und so oder ein bisschen Ahornsirup, keine Ahnung. Herrlich. Machst du denn ein, wächst du ein oder fermentierst du, trocknest du? Ich koche Früchte ein. Früchte. Ja, fermentieren und die anderen Sachen, da habe ich bisher noch keinen Zugang zu gefunden und das scheint mir immer so kompliziert von außen, aber irgendwie ist das nicht so mein Ding. Kumpels von mir machen das, aber ich habe da irgendwie bisher das nicht gemacht. Gibt es so ein Lieblingsgericht von dir, wo du sagst, dafür lasse ich alle stehen und liegen? Nee, es gibt ganz viele, die ich sehr, sehr gerne mag. Was ich wirklich mag, ist eine richtig gute Pommes. Richtig gute Pommes. Also zweimal frittiert. Ja, und gute Kartoffeln, zweimal frittiert, eine selbstgemachte Mayonnaise dazu. Ja, habe ich auch noch nicht gehört. Gute Pommes, aber das stimmt, wenn die richtig gut sind und gibt es irgendwas, was du gar nicht isst, wo du sagst, bleib mir weg, da muss er nachdenken. Ich habe einmal was abgelehnt, was ich ein bisschen bereue. Da war ich in Neuseeland, ganz unten im Süden, im Bluff. Da kommen die Bluff-Austern her und war dort auf dem Schiff, Austernfischerschiff. Das ist der einzige Ort in Neuseeland, wo ich meinen Ausweis zeigen musste, als ich morgens um vier auf den Hafen gefahren bin, weil ich dort verabredet war mit diesen Austernfischern und bin mit denen dann da rausgefahren. Verrückte Leute, wirklich am Ende der Welt so Seemänner mit so stahlblauen Augen. Der wusste von Deutschland zwei Sachen. Der kannte Heidi Klum und wusste, dass wir den Atomausstieg haben. Naja, Heidi Klum und Atomausstieg, das ist ja auch eine geile Kombi. Und dieser Mann, phänomenaler Typ, der stand dann da, die haben dann immer mit so großen Netzen den Boden abgefischt und dann diese ganzen Austern und den Rest aufs Schiff gehoben, das Netz aufgemacht und dann ist es auf so einen Tisch gefallen und dann sind die so den Tisch entlang, haben die Bretter weggeschlagen und haben sortiert aus da und was sonst noch da ist, was zurück ins Meer kam. Und dann hat er einen Seeigel gehabt und es war fünf Uhr morgens, halb sechs, die Sonne ging gerade auf und ich hatte nichts gegessen, ich hatte eine Banane gegessen um so meinen, ja, und dann guckt er mich an und so, Leon, you want this? Und ich war so, was ist das? Ja, Seeigel. Ich weiß gar nicht, ob es so heißt, und er ist so, nee, ich glaube nicht und dann hat er das so aufgeschlagen und so geschlürft. I love it. Das ist ja dieses so fast dottergelb, nicht, dieser Inhalt. Ja, also morgens. Ich habe es abgelehnt, aber ich ärgere mich ein bisschen, weil ich werde es nie wieder so frisch. Nee, also ich habe es mal gegessen abends, aber auch da war es nicht meins. Also es hat nicht so viel mit der Tageszeit, bei mir hätte es nicht so viel mit der Tageszeit zu tun. Aber sonst, Devise, erst mal alles probieren und danach dann sagen. Und hast du jetzt wegen Island, also diesen Gammelhai hast du auch? Genau, Hakal ist der sozusagen der isländische Name. Den habe ich gegessen, da trinkt man dann immer einen Schnaps dahinter. Das ist eine ganz schöne Kombination, dann ist er auch erträglich. Ja, und den haben dann auch die Köche mitgebracht, vakuumiert. Oh, das ist aber so übel. Und das ist auch wild. Das ist auch nichts, was man so serviert oder sowas, sondern das, also was man sozusagen so auspackt, sondern man hat es in der Kiste, dann macht man einen Zahnstocher rein und dann isst man das. Du hast ja auch nur so, wenn du die serviert bekommst, so sechs Stück, acht pro Nase, wenn überhaupt, Würfelchen. Ja. Viel mehr ist das ja nicht. Ja, also ich habe das immer so eher als so ein Festsnack, wie so ein traditionelles Ding da verstanden. Das ist nichts, was die so einfach so aus Lust, also du kriegst es natürlich in Räikkövig im Restaurant, kann man in einigen Restaurants kann man das so bestellen zum Bier und zum Aquavit, Aquavit ist das, oder Schnaps. Übler ist glaube ich nur noch der Sürströming. Kennst du den? Ja, siehste. Schweden, Sürströming, Hering fermentiert in der Dose. Ich weiß nicht, was da noch zugegeben wird, der wird in die Dose gepackt und fermentiert. Ist hochexklusiv, wenn du die Dose aufmachst, man sagt, man soll das eigentlich unter Wasser machen, dann spritzt es dir entgegen und wir haben das mal gefilmt, Handy sehr nah rangehalten, das Handy war so kontaminiert, stank für Wochen. Ja. Und den kriegst du auch nur runter, Klammer auf die Nase, ein bisschen von dem Hering, dem Gammelhering und dazu trinkt der Schwede dann gerne auch einen Snaps oder einen Aquavit oder einen Wodka. Naja, jetzt kommen wir da, jetzt sind wir soweit nördlich gelandet. Wir waren ja in Neuseeland eben, aber wir sagen, alles probieren und es gibt natürlich auch noch vieles, was wir uns vorstellen können, was schon vor vielen tausend Jahren genauso zubereitet wurde. Ja, Wein zum Beispiel. Wie weit geht der zurück? 6.000 Jahre, 8.000 Jahre? Georgien am Foren. So ist es. Das ist dann das nächste Thema. Schreibst du auch ein Buch drüber? Nee, glaube ich nicht. Jetzt schreibe ich erstmal einen Roman. Einen Roman? Worüber? Das wird noch nicht verraten. So komm, ein bisschen. Mann und Frau. Mann und Frau. Ich gehe alle Themen ganz langsam im Laufe meines Lebens durch. Alles Wichtige. Also wenn ihr dann irgendwie einen shocking Titel seht, geht es jetzt von Leon. Leon, wir müssen weiter. Wir müssen hier ein bisschen Green Food Festival noch machen und du darfst gleich noch lesen. Ja. Ich werde dabei sein. Cool. Leon Joskovic. Herzlichen Dank, dass du hier warst und ich sage, ja, schön weiter kochen, schön weiter, das klingt fies, schön weiter philosophieren. Das ist ja auch fast ein Schimpfwort. Manchmal. Philosophier du mal ein bisschen weiter. Ich habe das schon mitbekommen, dass das häufig so verwendet wird. Aber ich habe dir den Eindruck nicht vermittelt. Nein. Und außerdem, für mich ist es auch nicht so. Nee, das ist ja das Wichtigste. Und tatsächlich hatte ich auch immer wieder den Eindruck, die Menschen, die sich auf ein Gespräch mit mir eingelassen haben, konnten auch danach ein bisschen mehr mit dem Wort anfangen als davor. Ja, ich fand das auf jeden Fall ganz toll. Für mich bist du Philosoph, Koch und Lehrer und Entdecker. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr gern. Und ich sage, herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du bei dieser Episode dabei warst. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von der Große Restaurant und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. von der Park »Porschau times« www.park aguinarisch